Viel Zeit blieb Gasperlmeier allerdings nicht, sich über die Frau Doktor Gedanken zu machen, denn nur ein paar Schritte neben der auf dem Boden liegenden Rang der Karls Friedrich mit einer langen, dürren Gestalt und brüllte dabei immer wieder »Georg! Georg!« Der Dürre, so erfasste Gasperlmeier, war wendig und schnell, der Karls Friedrich dafür stärker. Sekunden vergingen, in denen Gasperlmeier zögerte, ob er dem Karls Friedrich beispringen oder sich um die Frau Doktor kümmern sollte. Enthoben wurde er dieser Entscheidung dadurch, dass die beiden Kampfhähne in seine Richtung gerieten und ihn von den Beinen rissen. Außer, dass der Gasperlmeier den Friedrich brüllen hörte, hörte er noch, wie sein Kontrahent immer wieder schrie »Die haben Sie zugrunde gerichtet! Die Schweine aus Wien, die ganze Bagage!« Gasperlmeier geriet in einen Strudel aus Glasscherben, Armen, Beinen, Knien, die ihm ins Gesicht gestoßen wurden, Schreien und Schmerzen. Schließlich saß vor ihm der Georg auf dem Boden. Der Bruder des Karls Friedrich, der dem Georg in einer gewaltigen Kraftanstrengung die Arme auf den Rücken gedreht haben musste. Während der Friedrich immer noch »Georg, Georg« schnaufte, lamentierte der nunmehr Gebändigte immer weiter »Und jetzt liegt sie nunmehr im Bett und heult und die sind schuld, die Brut, die Elende!« Gasperlmeier kroch auf den Knien zur Frau Doktor hinüber und versuchte gleichzeitig, seine Wahrnehmung auf seinen eigenen Körper zu konzentrieren. Konnte er alle Gliedmaßen bewegen? Lief irgendwo das Blut aus ihm heraus? Fühlte er Schmerzen? Seine eigene Schnelldiagnose ergab, dass er über seinen Körper verfügen konnte, wenn auch unter Schmerzen.